Wir sollen eine ökologische Katastrophe untersuchen. Die Diablo Blanco Katastrophe. 14. April. Ankunftshalle. Waschkontrolle. Was ist hier los? Wer sind diese Männer? Ich gehe nicht mit ihnen! Fassen Sie mich nicht ab! Sie sind meine Gefangenen! Bemühen Sie sich nicht um die Rettung einer müde gewordenen Welt! Ich wüsste gerne Ihren Namen. Solange ich maskiert bin, habe ich keinen Namen. Okay, okay. Vamos! Ich bin Laura Sommerfeld. Ich wurde entführt. Wollen Sie zur Märtyrerin werden? Es gibt keine Wirklichkeit. Nur Sichtweisen der Wirklichkeit. Nur Wahrnehmung. Sie können mich nicht hierlassen! Stopp! Halten Sie an! Hey! Warum wurden wir hier ausgesetzt? Weshalb tut Riley uns das an? Der Wunsch, meine wissenschaftlichen Instrumente dabei zu haben, verschwindet. Der Ozean aus Salz um mich herum verändert meine Sichtweise der Dinge. Hört ihr da irgendwas? Das hier ist nicht von unserer Welt. Ich bin Freunde. Das hier ist nicht so smart. Vielen Dank.